hallo guten morgen so leider hat es in der nacht geregnet und das zelt ist jetzt nass ich schaue dass ich das abbauen kann dass ich das halbwegs trocken kriege es sollte jetzt nicht mehr regnen hoffentlich hoffe schwer ich habe keine lust hier zu bleiben muss jetzt nochmals wetter anschauen wie das dann weiter oben ausschaut richtung bodel okay also ja so schaut es im moment hier aus ich sehe ein blaues fleckchen seht ihr mal da ist ein blaues fleckchen ja okay gut schauen wir weiter